Journalismus ist an Fakten und an Details dran. Wenn ein Anruf kommt, dauert das vielleicht fünf Minuten und dann bin ich unterwegs. Als Journalist muss man sich immer fragen, was ist die Agenda dieses Informanten? Was will der eigentlich erreichen und warum gibt der mir jetzt diese Information? Bis zum nächsten Mal.